Bild-Royal-Experte Alexander von Schönburg bei der täglichen Lektüre. Doch in wenigen Stunden das Klartext-Interview mit Meghan und Harry. Gott, da muss ich mich vorbereiten. Das wird auch höchste Zeit. Denn die Nacht der Nächte steht bevor und da heißt es, wach bleiben. Verschlafen Sie auf keinen Fall das exklusive Interview von Meghan und Prinz Harry bei Talkshow-Königin Oprah. Geht die royale Schlammschlacht in die finale Runde? Alle Enthüllungen natürlich live bei Bild ab 1.45 Uhr. Die Knallhart-Analyse mit unseren Show-Experten und Moderatoren. Alle Details live und direkt. Wach bleiben lohnt sich. Heute Nacht ab 1.45 Uhr. Natürlich nur bei Bild live.